Please hold for a very important message. Ich heiße euch liebevoll willkommen zu einem neuen Video. Es geht um all the one, Reality, Stars and Love. Die sind jetzt bei der Wiedersehen-Show angekommen. Es ist krass, es ist ja Folge 22. Ich finde, die Reise war auf jeden Fall lang. Und die Wiedersehen-Show ist ja immer so was wie so ein Highlight. Und auch dieses Mal haben sie uns nicht enttäuscht. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr über das heutige Review mit euch. Natürlich, was möchte ich euch heute in meiner Einleitung erzählen? Ja, Papa war bei seiner ersten Gruppentherapie-Sitzung. Die Gruppentherapie hat den Titel Selbstwert. Und ich muss sagen, ich danke dem Universum und überhaupt mir selber dafür, dass ich mich dort angemeldet habe, dafür, dass ich da den Platz bekommen habe, schon für diese allererste Erfahrung, weil es war einfach wunderschön. Wir sind sechs Personen, inklusive mir. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem Kreis, wir saßen am Stuhlkreis, nackte Menschen saßen. Der eine sah so aus wie ein ehemaliger Chef von mir. Die andere hätte auch meine Vorgesetzte irgendwo sein können. Und ich kenne diese Zusammenkünfte eigentlich eher so aus dem Berufsleben, wo dann jeder sitzt und irgendwie versucht, stark zu wirken, selbstbewusst zu wirken und zu verkörpern, er oder sie sei die Geilste. Aber gestern saßen da wirklich mit mir zusammen, also wir waren sechs Leute, wie gesagt, Menschen, die sich von Anfang an direkt nackt gemacht haben. Und ich habe mir so überlegt, stellt euch mal bitte vor, das Leben wäre so, dass wir da draußen sind und einfach pur sind und ehrlich sind, uns verwundbar zeigen. Ich weiß, dass das nicht die Realität ist, aber es hilft mir jetzt sogar jetzt schon dabei, die Menschen da draußen anders zu betrachten. Weil ich oft auch durchs Leben gegangen bin und gedacht habe, ich werde nicht gemocht. Aber im Grunde genommen will jeder gemocht werden. Und das zeigt es mir einfach nur noch mehr, warum Menschen manchmal so agieren, wie sie agieren. Ich werde euch auf jeden Fall mehr davon erzählen. Ganz schön war auch, dass ich dann vor dem Laden war, also vor dem Gebäude und dann aufs Rad steigen wollte, um meine geliebte Freundin Mai zu besuchen. Mit Mai habe ich übrigens auch mal ein Video gemacht in meinen Anfängen. Daran habe ich jetzt kürzlich oder gestern auch gedacht, dass sie von Anfang an mich ja supportet hat. Und ja, ich wollte gerade aufs Rad steigen, um zu ihr zu fahren. Und dann hat mich ein Schnuffelhase angetickt. Und da hatten wir auch einen schönen Austausch. Sie war auch bei dieser Gruppentherapie, nicht gestern, aber vorher mal vor ein paar Jahren. Und das war auch dann einfach nochmal so ein schöner Abschluss für den gestrigen ersten Tag. Es gibt zehn Sitzungen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde berichten. Und ja, was kann ich an der Stelle noch sagen? Ihr könnt also one gucken auf RTL Plus. Dafür braucht ihr ein RTL Plus Premium Abo. Das bekommt ihr bei mich vergünstigt. Es lohnt sich. Also One, Reality Stars ist jetzt vorbei. Aber es gibt viele, viele andere Formate, die warten. Temptation Island, VIP beispielsweise. Da geht es ab. Ich habe schon mir ein paar Streitereien, Beefereien gescreenshottet. Wer weiß, vielleicht wird es ein Video geben. Man muss ja mal gucken. Da möchte ich euch bitte ins Boot holen und euch sagen, schickt mir das per Insta. Ich gucke mir nicht jeden Tag alle Insta-Stories der Teilnehmer an. Da bin ich auf euch angewiesen. Schickt mir das bitte. Lasst mich wissen, wenn ich da irgendwo irgendwas berichten soll. Ich bin da jetzt wirklich auf eure Hilfe angewiesen. So, ja genau. Ihr könnt dann eben einen Rabattcode hier in Anspruch nehmen. Der ist hier. Der ist unten in der Infobox. Da kriegt ihr, also ihr kriegt ohnehin den ersten Monat kostenfrei. Und dann kriegt ihr den zweiten und den dritten Monat über meinen Rabattcode mit 50% Rabatt. Und ich sage euch, es ist eine gute Investition. Es lohnt sich. Also ich lebe natürlich auch davon. Sonst hätte ich ja auch gar keinen Zugriff auf die Sendungen. Aber auch so würde ich das Ganze als Privatperson, Sanja Jakimowski, abonnieren. Das sage ich euch. Und zu guter Letzt lade ich euch herzlich ein mit ganz viel Liebe, einer fetten Umarmung, ein Schnuffelhase zu werden. Tretet dieser wundervollen Community bei. Werdet einer von uns. I love you all. Und now we start. Man fängt erstmal an mit demjenigen, der gar nichts verdient hat an dieser Teilnahme. Außer vielleicht neue Follower. Und zwar der, wie ist er, Max? Was er denkt, warum er da jetzt stand. Ob das wirklich daran lag, dass er sich eingefahren hat, eingeschossen hat auf Franzi. Oder ob es vielleicht daran lag, dass er gar kein ernsthaftes Interesse am Dating hatte. Ich habe mich sehr festgefahren an Franzi. Und am Ende war es dann doch nicht richtig. Und woran hat es gelegen, dass ich leer ausgegangen bin? Ja, ich glaube nicht daran, dass du dich in Franzi verschossen hast. Weil die hat dir ja von Anfang an gesagt, dass das nichts wird. Und die Arme sieht so aus, als hätte sie durch ihn so einen Missbrauch erlitten. Das ist genauso wie bei der Selina und Fabio. Die sind richtig so wie in so einer Trance. In einer Trance. Die Trance. Also ihr wisst, was ich meine. Sehr verstört kommen die rüber. Ich glaube, mein Lieber, dass das nicht das richtige Format für dich war. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja, ich glaube, es war nicht das richtige Format für dich. Und ich glaube, es gibt Formate, die sind geeigneter für dich. Da könntest du viel mehr aufblühen. Nun sehen wir ein paar Rückblicke. Und zwar die von Anna und von Micha und von Gina. Und da war ja auch viel los. Anna, du weinst. Was ist los? Ist das jetzt inszeniert oder ist das echt? Ich weiß es nicht. Irgendwie fühle ich diese Anna ja überhaupt nicht. Aber was hat die auf dem Herzen, die Alte? Ja, es ist halt... Also ich fand die gesamte Ausschallung, die war halt ziemlich hart für mich. Weil man hat halt vieles gesehen, wovon man in der Show selber nichts wusste. Und generell das dann alles nochmal ganz nüchtern betrachtet. Ich würde es stark bezweifeln an der Stelle. Also ich bezweifle ganz stark, dass sie das ganz nüchtern immer gesehen hat. Bestimmt, wenn man sich die Sendung anguckt, nachts um hier von Montag auf Dienstag um 12, hat man noch einen Gin Tonic bereit. Ja, und ist dann auch schon wieder nicht nüchtern. Kann das sein? Bist du jetzt vielleicht nüchtern das erste Mal und deswegen bricht es aus dir aus? Aber jetzt mal, Bruder, bei die Fische. Was hat dich denn gestört jetzt beim Gucken der Sendung? Dass er halt einfach mit anderen rumgemacht hat. Das hat mich einfach total verletzt. Ach so, aber hast du dann auch, während du das geguckt hast, gesehen, dass du selber auch mit anderen rumgemacht hast? Und dass du da voll den Spaß hattest? Also ich meine, hast du das dann auch gesehen? Oder nur, dass er rumgeknutscht hat? Nun ist die nächste Frage an den Mischer gerichtet. Weil der hat ja die arme Anna ziemlich doll geslatschämt. Ja, aber was hat denn dich geritten während der Staffel? So, und wenn einer von euch jetzt erwartet, dass er irgendwas Schlaues dazu sagt, dann blende ich euch die nächste Sequenz ein. Ja, keine Ahnung. Er hat selber keine Ahnung. Also er hat einfach keine Ahnung. Er labert ein bisschen Scheiße auch. Irgendwas mit Fundament später. Und der Beton ist noch nicht hart und so, als es darum geht, was mit den beiden sei. Ja, das ist unterm Strich zusammengefasst heiße Luft, kann man das so sagen? Oder kalte Luft? Heiße Luft ist ja so ein bisschen Furzluft. Also einfach nix. Anna, Gina und du, ihr wart ja vor I The One auch miteinander befreundet, ne? Wie sieht's heute aus? Eigentlich haben wir keinen Kontakt mehr. Ja, das ist halt so. Ich hab auch oft das Gefühl, da sind einfach nur so Zweckfreundschaften. Alle sind super in ihrem Ego. Man macht auf BFF in so einer Sendung. Später ist alles verlaufen, auseinandergelaufen. So wie Kajal bei Heulattacken oder Regen. Also es ist einfach so Schnee von gestern. Man mochte sich eh nie so wirklich. Was ist denn bei Micha und bei Anna danach passiert? Weil ich hab euch ja gesagt, ich hab gefühlt, dass der Micha am Ende so ein Außenseiter war und dass er mit dieser Ausgrenzung nicht klarkam. Und deswegen so tat, als hätte er sich verliebt in die Anna. Aber dass er das eigentlich gar nicht wirklich gefühlt hat. Also wie ging's denn danach weiter? Wir hatten danach uns noch weiter getroffen. Es war alles super. Ja, genau. Es war richtig, richtig super. Wie super es war, werden wir sehen, wenn sie jetzt erzählt, was für Turbulenzen bei den beiden gesorgt hat. Weil die waren ja richtig felsenfest davon überzeugt, dass die jetzt ein Couple sind. Da meinte sie doch noch so, ey, nicht nur Psychopathen, nee, Psychologen haben herausgefunden, dass wir ein Match sind, sondern wir auch. Ja, bis dann zur Ausstrahlung. Dann wurde es halt immer schwieriger. Und ja, weil unser Fundament sehr, sehr stark war, wurde es dann auch so schwierig. Weil in der Ausstrahlung haben wir natürlich grundlegende Dinge übereinander erfahren, von denen wir vorher noch nichts wussten. Genau, ja, das war ganz, ganz schlimm. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, die zweite. Ja, du hast ja auch während der Sendung schon gemerkt, was Micha für einer ist. Er hat dir auch ins Gesicht gesagt, was er von dir hält und deine Handlungen. Und andere haben es dir zugetragen. Das bedeutet, du wirst den Micha ja jetzt mit der Ausstrahlung nicht komplett neu kennengelernt haben. Also was genau war dein fucking Problem? Ich hab halt gesehen, was er gemacht hat auf Paros. Und dann ist halt die große Frage, macht er das nur auf Paros jetzt da? Oder macht er das auch, wenn er jetzt mal alleine das Haus verlässt? Als wenn sie so ein Kind von Traurigkeit wäre. Also sie will uns doch gerade nicht ernsthaft verklickern, dass sie hier die alte Omi ist, die immer nur zu Hause ist und nur ihren Typen im Kopf hat. Also ich meine, die wurde da halb durchgenommen auf der Tanzfläche, was ja absolut in Ordnung ist. Und hat rumgeleckt mit mindestens zwei Männern. So und jetzt tut sie so, als wenn das, was sie über den Micha da gesehen hat, sie total erschüttert hätte. Also ich bitte dich, wen würdest du hier gerade für dumm verkaufen? Aber ihr wart ein paar. Es lief darauf hinaus. Also wir haben echt so viel Zeit miteinander verbracht, wie es ging. Sie labert einfach nur Scheiße. Ja, also wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, wie es nur ging. Also wir haben uns insgesamt dreimal getroffen, mehr ging halt nicht. Und dann guckt sie auch immer so zu ihm rüber, ob das, was sie sagt, sich jetzt deckt mit dem, was er auswendig gelernt hat vorher. Schauen wir uns einfach mal ein anderes Paar an. Ich finde, wir können da einen Haken dran machen. Die Tomala Tomate wollte auch noch ein bisschen was über die Dynamik. Anna und Gina seien ja als Freundinnen dort eingezogen erfahren. Und wie das dann war, ob das dann in Annas Augen hinterhältig war, dass auch Gina sich Bestätigung geholt hat beim Micha. Ich habe das jetzt hier nicht mit reingenommen, weil ich finde es einfach nur lächerlich. Weder die Gina und die Anna sind noch befreundet oder waren es jemals, würde ich so von meinem Venus-Hügel-Gefühl sagen, noch der Micha hat sich jemals einen Dreck geschert um die Anna, aber auch die Anna um den Micha nicht. Es ist einfach alles so ein bisschen albern. Deswegen gucken wir uns einmal eine richtige Love-Story an, und zwar die zwischen Amadou, dem Mann ohne Mobilfunkvertrag, und Isabel, der natürlichen Beauty. Wie ist es denn bei euch gelaufen nach der Sendung, nachdem Isabel wieder ausgezogen ist? Ja, es ist, ich würde mal sagen, nicht sehr viel bei rumgekommen. Ich hatte ja sowieso schon das, was passiert war von Luca, so angedeutet bekommen. Der Luca hat direkt angerufen, wie er es gesagt hat in der Show. Er hat ja gesagt, ich rufe direkt Amadou an. Also, man kann sehen, Isabel ist ein bisschen pisst, dass der Luca direkt dem Amadou gesagt hat, hey, deine Süße hat ein bisschen rumgehurt. Als Singelfrau hat sie sich einfach ein bisschen Spaß gegönnt. Das scheint sie schon so ein bisschen zu triggern, weil die Art und Weise, wie sie ihm da ja auch ein bisschen ins Wort fällt, halb oder ansatzweise, und dann sagt, ja, der Luca hat übrigens direkt den Amadou angerufen, so wie er es ja auch gesagt hat. Er hat dir immer noch die Möglichkeit gegeben, das aus deiner Perspektive zu schildern. Okay, mich würde jetzt natürlich interessieren, wie groß war diese Möglichkeit, die der Luca, der Isabel gegeben hat? Ging es da um ein, zwei Wochen? Oder hat er brav 12 oder 24 oder 48 Stunden abgezählt, abgewartet, bevor er es dem Amadou gesteckt hat? Wie hat sich das genau ereignet? Er war da sehr, sehr zurückhaltend. Da ist was vorgefallen. Habe ich auch nichts anderes gesagt gerade. Ich habe ja nur gesagt, dass er mit dir telefoniert hat. Naja, also hat sie wirklich nur gesagt, er hat einfach mit dir telefoniert? Oder hat sie etwa Folgendes gesagt? Ich blende es nochmal ein. Der Luca hat direkt angerufen, wie er es gesagt hat in der Show. Er hat ja gesagt, ich rufe direkt Amadou an. Also, sie hat es doch schon ein bisschen anders gesagt. Es war jetzt nicht einfach nur ein, hä, also er hat dich halt später angerufen einfach. Das ist alles, was ich sagen wollte. Nein, du warst schon sehr getriggert davon, dass der Luca es dem Amadou stecken wollte. Aber immer noch die Frage, wie lange hat sich Luca denn Zeit gelassen? Beziehungsweise wie lange hast du dir Zeit gelassen, bevor du deinem festen Freund, deinem fast Verlobten gesteckt hast, dass es in der Show mindestens einen Seitensprung gab. Isabel, ärgerst du dich über Luca? Nein, überhaupt nicht. Naja, Oton, du hast dich darüber aufgeregt, dass dir quasi diese Info vorweggenommen wurde. Von wem auch immer. Nein, das... Also Isabel hat hier kein leichtes Spiel, aber ich finde, sie schlägt sich ganz okay, weil der Amadou nimmt sie natürlich am Wort oder beim Wort. Der ist da auch sehr genau und auch sehr so sprachgewandt. Das Problem war, dass du mir vorgeworfen hast, dass ich nicht sofort in der ersten Sekunde, in der ersten Stunde, in der Nacht noch, wo wir das Handy zurückbekommen haben, dass ich dir nicht sofort geschrieben habe. Du hast gesagt, ich hätte dir das sofort sagen sollen oder ich hätte schreiben müssen. So, was ich hier natürlich sehr enttäuschend finde, ist, dass der Amadou doch so taktlos ist und ihr ins Wort fällt. Das hätte ich von ihm nicht erwartet, weil er ja auch immer auch auf sehr, sehr schlau so macht. Und ich glaube auch, er hat was im Köpfchen. Aber ihm ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, das zu demonstrieren. Das ist dann schon wieder ein halber Fail, weil er lasst es die Menschen noch einfach erkennen und versucht nicht immer alle davon zu überzeugen und zu alarmieren. Hey, ich bin hier der Schlauste und ich will hier das Niveau heben, weil das ist so ein bisschen reingeschissen. Und hier erkennt man auch ganz gut, dass du so die Regeln der Kommunikation nicht wirklich gut beherrschst, weil sie redet gerade und auch wenn sie gerade etwas sagt, was nicht so mit deiner Realität übereinstimmt, kannst du doch bitte so respektlos sein, äh, respektvoll sein, sorry, und abwarten, bis die Lady zu Ende gesprochen hat, okay? Lass uns da zeitnah drüber reden, weil dir muss natürlich bewusst sein, dass meine Bezugspersonen mich schnellstmöglich auf den neuesten Stand bringen. Ja, aber du hast doch gesagt, dass der Luca gar nicht so voreilig war, sondern er, Isabel, die Möglichkeit eingeräumt hat, sich selber dir gegenüber über die Kussgeschichten zu äußern. So, und wenn du jetzt aber im nächsten Atemzug sagst, dass deine Kontaktperson sich schnellstmöglich bei dir melden, dann widerspricht sich das ja. Kannst du dir nicht zwei, drei Tage Zeit lassen? Ja, dem Amazon wollte ich ja noch was sagen. Das ist aus meiner Sicht nicht korrekt. Du kannst sagen, ey, ist gerade voll viel alles, lass uns morgen in Ruhe telefonieren. Das ist ein Satz. Okay, also es geht um zwei, drei Tage, in denen sie vielleicht erst mal klarkommen wollte, ankommen wollte zu Hause, ihre Familie, ihre Freunde sehen wollte, in der Realität zurückkommen wollte und sich nicht direkt bei dir gemeldet hat, weil du warst ja auch nicht ihr Freund oder irgendwie sowas. Bist du es ja immer noch nicht, jetzt weiß ich auch warum. Aber, ähm, also das passt ja nicht. Also hat Luca doch direkt nach ein, zwei Tagen dir alles gesteckt. Das ist ja nicht so das, was du eingangs gesagt hast. Ja, gut. Verstehe ich das Problem nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Also muss ich sagen, hier bin ich auf jeden Fall pro Isabel, weil, ähm, ja, der Amadou hat jetzt wirklich das erste Mal aufrichtiges Interesse an einer Frau aus einer Datingshow gehabt. Das ist auch komplett neu, ne? So, ey, du hast ja auch immer schön ordentlich gezündelt in der Villa, ne? Das war doch Absicht immer, da ein kleines Feuerchen zu legen, hier ein Feuerchen zu legen, oder? Ja, wir wollten doch auch gute Einschaltquoten, oder nicht? Ja, ja. Also ich muss sagen, wenn die Leute sich so dann dazu äußern, kann ich denen auch gar nichts mehr übernehmen, weil es ist das Showbusiness, ne? Und sie denkt sich, ja, hab ich gemacht, aber ihr wollt ja auch gute Einschaltquoten, habt ihr doch jetzt bekommen und dadurch hab ich jetzt neue Extension und seh noch besser aus. Also was wollt ihr eigentlich alle? Anfangs da diese Gina-Micha-Situation ist mir ehrlich rausgerutscht. Konnte ich nicht drin behalten. Kann ich auch im Nachhinein nicht erklären. Passiert manchmal so. Weil es auch deine Aufgabe ist, es zu verbreiten, ne? Deine Aufgabe ist, vielleicht mal Leute ausreden zu lassen, und respektvoll zu sein, ne? Danke. Das war, wie gesagt, echt... Wow. Okay, also ich glaub, da muss selbst Gina, die große Teile ihres Chilurons hier verloren hat, also sie hat sich ja Sachen rausholen lassen, ähm, ich find's super, dass sie zu ihrer Natürlichkeit steht, ne? Lashes sind natürlich noch da, aber ich find's sie hübscher, ohne diese fetten Lippen, die an einen Arschpopo erinnern, ähm, und ja, da hat sie sich jetzt einmal kurz eine verbale Klatsche abgeholt, und ähm, es wird da aber eine Fortsetzung geben. Bevor sie sich versieht, kommt nämlich jetzt auch Gina schon, äh, zur, äh, zur Rede, zur Rede? Also sie darf erklären, warum sie bei dieser Micha-Geschichte quasi gelogen hat, weil Zoe hat ja den Leuten gesteckt, dass, äh, Gina damals den Micha küssen wollte und sich eine Abfuhr, äh, geholt hat, und Gina war ja im Interviewraum, und als sie aus dem Interviewraum rauskam und hoch in die Küche kam, hat die ganze Gruppe, so wirkte es auf sie, eine Rechtfertigung von ihr haben wollen, eine Antwort, hast du wirklich den Micha küssen wollen. Und Gina fühlte sich damals, ähm, überfordert, weil sie, das hat sie mir in meinem Interview gesagt, das könnt ihr euch hier angucken, sie früher, ähm, Opfer von Mobbing war, und eben diese Situation kennt, dass eine Gruppe irgendwas von ihr möchte, und sie in die Verteidigungsposition geht, um sich selber zu schützen, und, ähm, sie erklärt das also gerade, dass sie sich von dieser Gruppe angegriffen gefühlt hat, und der Kevin, der sonst wirklich nur dumme Sachen sagt, äh, sagt heute oder jetzt, zur Abwechslung mal was Schlaueres. Oft einstecken müssen, oder? Was quatscht ihr da, Kevin? Ich frag nur, welche Gruppe sie da angegriffen hat, so. Und wir, die alle am Tisch gesessen haben. Im Moment, ich hatte das Gefühl, lass, ja, lass mich, lass mich bitte dazu was sagen, es geht ja um mich, ich stand vor der Gruppe, und sie erklärt das halt nochmal so richtig für Dumme, auch für den komischen Typen in seinem Leopardenanzug. Ich hab auch immer einen Gummi an vor, eventuell, der mal kommen könnte, ich sag das schon mal. Oh, er ist einfach, ich, ich freue mich schon auf den Moment, wenn der, wenn der Kevin ausgelutscht ist, und der nicht mehr so gefeiert wird, von wem auch immer. Ich weiß nicht, was da passiert ist bei RTL, wer den da irgendwie ins Herz geschlossen hat, oder Potenzial in dem Typen sieht, weil seine, seine, sein Gesicht ist überall drin, aber auch in dieser Wiedersehensshow, er ist einfach super unangenehm, weißt du, sie erklärt, wie sie das wahrgenommen hat, dass sie sich einfach bedroht gefühlt hat, von dieser Situation. Er redet wirklich aus ihrer eigenen Perspektive, und sagt, dass es ihre eigene Wahrnehmung war, aber er ist einfach zu begrenzt, und macht daraufhin halt einfach diesen geschmacklosen Spruch noch, dass er sich dann auch so aus Prävention dann einfach ein Gummi rüberziehen würde, für den Fall, dass er käme. Also einfach so ekelhaft. Nun darf Gina sich nochmal äußern, zu der Geschichte, warum sie so unloyal war, der Isabel gegenüber. Die Sache war ja der Abend davor, da hat Maurice ja gegen mich geschossen, als Cecilia und Amado die Villa verlassen mussten, und ich hatte wirklich Angst vor Maurice, muss ich ehrlich dazu sagen. Danach war ich komplett in mich gekehrt, und saß da einfach nur nach dieser Party an der Bar, und Maurice hat sich zu mir gesetzt. Er hat sie einfach von der Seite angelabert, und sie hatte Angst vor ihm, weil er ist ja megamäßig ausgerastet, und Leute mussten ihn zurückhalten. Ich habe auch gedacht, dass er der Gina gleich eins auf die Fresse haut. Und in einer Bar saß sie halt wirklich neben dem Maurice, und sie hat ja wirklich nichts dazu gesagt. Und das hat die Isabel so verletzt. Und in der nächsten Folge hat sie sich aber auch unloyal des Todes verhalten, und zum Glück hat die Gina das auch gesehen, bei der Ausstrahlung, und sie hatte es hier gerade noch im Kopf und bringt es gerade zur Sprache. Du redest darüber, dass ich neutral war, aber im Nachhinein, nach der Matchingheit, bist du mit der Zoe im Schlafraum, sie zieht über mich her, und du lachst darüber. Dankeschön. Weil genau das ist mir auch aufgefallen, wo ich mir so dachte, was für eine Doppelmoral, legt denn bitte Isabel an den Tag. Und ich bin super gespannt auf die Rechtfertigung von Isabel gleich. Und dann, ein paar Tage später, legt sie mit Maurice rum. Hä? Isabel. Also finde ich halt wirklich, berechtigt die Frage, weil erst mal ist Maurice Staatsfeind Nummer eins. Du wunderst dich, warum ich nicht dich beschütze, während er schlecht über dich redet. Ja? Einen Tag später lachst du aber mit der Person, die schlecht über mich redet, und dann zur Krönung, so als i-Tüpfelchen, machst du auch noch mit dem Typen, vor dem du wolltest, dass ich dich beschütze, rum. Also ich verstehe vorne und hinten nicht, und da verstehe ich auch Gina total. So Isabel, was hast du denn dazu? Äh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich die Zusammenhänge nicht verstehe. Wollen wir dir das nochmal erklären? Also so warum, wo der Zusammenhang besteht? Fang doch einfach mal an, weil das war es dann nämlich, das war ihr Statement dazu. Und so oft ich Isabel auf Feier, also ich finde, das ist eine Nullnummer gerade, weil, also es geht einfach gar nicht, das ist ein bisschen erbärmlich, weil, ähm, fangen wir doch einfach mal mit der Loyalitätsfrage an. Du hast uns allen weisgemacht, dass du findest, eine Freundin sollte nicht schweigen, wenn sie mitbekommt, dass jemand über dich redet. Du willst, dass sie Aktion ergreift und dass sie dich beschützt. So, und du bist dann, einen Tag später, glaube ich, noch einen Schritt weiter gegangen und hast mit der Person, die über deine Freundin lacht, sogar mitgelacht. So kannst du dazu wenigstens was sagen? Nein, kann sie nicht. Aber der, der Maurice möchte sich rechtfertigen. Der aggressive Maurice möchte jetzt nämlich etwas zur Gina sagen. Ja, nee, ich würde gerne nur noch eine Sache klarstellen, weil Gina meinte, sie hat Angst vor mir gehabt. Klar, ne, was die Bilder, die sprechen für sich. Ich bin halt ein impulsiver Mensch. Ja, und, äh, manchmal sieht es dann einfach so aus, als würde ich dich vermöbeln wollen und zehn Mann müssen mich zurückhalten, aber, ganz ehrlich, dass die jetzt Angst hatte, die Alte, das verstehe ich nicht, weil das ist total unberechtigt. Ich bin grundsätzlich so gegen Gewalt, was gegenüber Frauen angeht und deswegen, deswegen versteht sie das gar nicht, Aber das kann sie ja in dem Moment nicht riechen. Das sagt die Gina auch, im nächsten Moment, das kann ich doch nicht wissen. Also, du willst auf mich losgehen und Leute müssen dich zurückhalten und dann soll ich wissen, ach so, nee, eigentlich ist er gar nicht so und das besteht keine Gefahr. Wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Welcher Mensch würde im TV jemanden eine knallen, vor allem ein Mann einer Frau, also, da musst du schon krank am Kopf gefallen sein, ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich, Zoe, das finde ich gerade unmöglich, dass du nicht zu einer Frau hältst, die sich bedroht gefühlt hat von einem Mann, der wirklich aggressives Verhalten an den Tag gelegt hat und dieses mit, äh, auf den Kopf gefallen. Manchmal hat man das Gefühl, bei vielen von euch. aber das finde ich, also, so unterhaltsam ich Zoe manchmal auch finde, das geht gerade gar nicht, dass du die Angst, die Gina in dem Moment empfunden hat, infrage stellst und das auch noch aussprichst. Ja, aber wieso mischst du dich da jetzt ein? Das ist auch gar nicht dein Thema. Boah, finde ich super. Weil die Zoe hat ja am Anfang in Richtung Gina geschossen und hat gesagt, was mischst du dich gerade ein? Was mischst du dich denn bitte gerade ein? Ich mische mich ein, wo ich mich einmischen muss. Du bist ja nicht mein Vormund, oder? Ja gut, dann werden wir gleich gucken, wo ich mich auch einmischen werde. Ich liebe es, dass Gina sich so gut verteidigen kann. Sie ist einfach on point und schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Also am Anfang der Sendung würdest du mir sagen, ich soll die Fresse halten. Ja, jetzt hältst du nicht die Fresse bei so einem sensiblen Thema und dann kontert sie einfach auf eine richtig gekonnte Art. Ich liebe es. So, nun widmen wir uns Ricarda und Maurice. Ja, der geradlinige und die aufrichtig, ehrliche, ja, so, was ist denn da jetzt eigentlich los? Also ich meine, erst mal hast du gesagt, sie ist die größte Ho und du willst nie wieder was mit ihr zu tun haben und jetzt sitzt ihr da und sagt, ihr seid zusammen. Was ist denn passiert? Ich glaube, das Thema wurde heißer gekocht, als es im Endeffekt eigentlich war. Ich distanziere mich auch dafür, das war nicht richtig von mir, dass ich zum Beispiel zu Ricarda gesagt habe, heizt's Maul oder ihr auch so ihr Wort verboten habe oder dass sie nicht sprechen darf, das war falsch von mir. Ich habe bei den beiden das Gefühl, dass die bei so einem Coach waren, bin ich euch ganz ehrlich, weil die sehen alles ein, die drücken sich total gekonnt aus, das ist richtig so, ja, wir waren da einfach andere Menschen, das sind wir eigentlich gar nicht, wir verstehen keine einzige Handlung, das sind wir überhaupt nicht, also wir distanzieren uns eigentlich von dem Wesen, was wir in dieser Show waren. Ricarda, fandest du Maurice' Reaktion angemessen zu dem Zeitpunkt? Ja, zu dem Zeitpunkt fand ich die Reaktion auf jeden Fall angemessen. Warte mal ganz kurz, damit sagt sie, dass sie es angemessen fand, dass er so assi ihr gegenüber auftrat, okay, dass sie ihr den Mund verboten hat, dass er sie beleidigt hat und so, das fand sie jetzt angemessen, Schatz, das ist nie ein Weg, nie eine Lösung, das kannst du nicht als angemessen ansehen und außerdem, du bist eine wunderschöne Frau, so von den Gegebenheiten, ein Lachen ist das Schönste, was du tragen kannst. Das hast du in dieser Sendung einmal komplett vergessen. Sie guckt so starr die ganze Zeit, wo ich mich so frage, ist die Ärztin mit der Spritze ausgerutscht und sie hat einen Liter Botox in die Visage bekommen oder warum bringt sie nicht ein einziges Mal ein Lächeln über die Lippen? Ich weiß auch nicht in dem Moment, was mich da geritten hat, warum ich halt einfach nicht direkt gesagt habe, es war mehr wie ein Kuss. Warum war ich auf einmal unehrlich in der Sendung? Das bin ich ja eigentlich gar nicht. Das bin ja auch eigentlich überhaupt nicht ich vom Wesen. Ich war einfach, glaube ich, besessen und ich weiß überhaupt nicht, was in mich gefahren ist. Aber ich bin froh, dass dieser Exorzismus stattgefunden hat, weil jetzt bin ich wieder ich und jetzt bin ich ehrlich und aufrechtlich. So wie das da dargestellt wird, so war das ja nicht. Das war alles gar nicht so. Also, dass ich ausgerastet bin, und dass ich quasi mir Freiheiten eingeräumt habe, die ich den Frauen nicht eingeräumt habe, das war ich ja gar nicht. Das war auch alles gar nicht so. Das war eine Montage, Leute, mit Synchronisation. Das ist alles so, niemals passiert. Und nun will Maurice uns erklären, warum er den Martin, den Herpes Martin, so scheiße findet. Weil der Herpes Martin ist gerade einmal zu Wort gekommen und hat gesagt, nö, eigentlich ist alles gut bei uns. Ja, und wir hatten eigentlich voll viele gute Momente, haben miteinander gesoffen, der Maurice und ich und so weiter. Aber wenn man sich die Ausstrahlung ansieht, dann wirkt es so, als hätten wir nur Streit gehabt. Und der Maurice erklärt das aber einmal genauer. Denn der hat wirklich ein Problem mit Herpes Martin. Er hat sie gut gefunden, ist halt so, ist eine schöne Frau, ist so. Aber der grundsätzliche Punkt ist, wir haben zuerst miteinander Kontakt gehabt, also Riccardo und ich. Und wir beide kannten uns vorher. Ich kenne seine Eltern, ich kenne, also habe ich kennengelernt. Warte, einmal kurz. Warte, was, was, was meint er da? Seine Eltern kenne ich, habe ich kennengelernt. Hört sich so an, als wären Martin, Herpes Martin und Maurice vor der Verlobung standen und dann verbessert er sich aber, weil er so merkt, ups, vielleicht geht das gerade ein bisschen zu weit. Also ich habe sie kennengelernt, einmal so kurz, so ein bisschen. Das bedeutet, ihr habt die einmal im Edeka getroffen, als ihr euch Wodka geholt habt und dann waren Herpes Martins Eltern an der Kasse und ihr habt euch einmal kurz gegrüßt. Oder wie dürfen wir uns diese Basis, die du mit seinen Eltern hast, vorstellen? Aus Respekt zu seinem Kollegen mache ich dann nichts mit der Frau noch hinter meinem Rücken. Und das ist jetzt aber lustig, also der Maurice will uns gerade verklickern, dass der Martin, der Herpes Martin und Maurice Bros sind, weil er hat ja auch einmal kurz die Eltern kennengelernt und jetzt hat Herpes Martin auch was zu sagen und zwar sagt er, weißt du was, weißt du was für Kollegen wir nämlich sind? Nach Love Island, da waren sie ja zusammen, hatten wir einen Monat genauer Kontakt, ja und wir haben einmal kurz meine Eltern an der Tanke getroffen, ja durch Zufall, ich wollte es nicht. Aber danach haben wir uns nie wieder gehört, bis wir bei all so ein Reality Stars in Love mit Störungen zusammen eingezogen sind. Also was für Freunde können du und ich sein in diesem Universum? Und dann bleibt Maurice aber dabei und sagt so, nee es geht trotzdem nicht, weil du hättest mich ja nicht einfach so deinen Eltern vorgestellt, ja? Das machst du nur mit besonderen Chicks oder Bros. Naja, jetzt werden auf jeden Fall auch Cecilias Aufnahmen gezeigt und sie ist halt ein bisschen beschämt. Cecil, ja. Ich kann mir diese Aufnahmen gar nicht angucken. Warum, Süße? Das war die Love Story deines Lebens, warum kannst du dir das jetzt nicht ansehen? Ich finde, du hast dich richtig gut geschlagen. Also auch da, wo sie die Ricarda einmal fertig gemacht hat, fand ich sehr köstlich. Was hältst du denn von Maurice? Weil irgendwie hast du ja dann draußen auf ihn gewartet und hast jeden Tag an ihn gedacht, während er sich im Haus wieder neu verliebt hat in die Ricarda. Wie geht es dir? Was magst du nicht an ihm? Hast du irgendwie so ein konstruktives Feedback? Immer sein, ich bin loyal, ich bin der Mann mit seinen Worten und ich bin, ich bin gar nichts. Er ist null, er ist zero. Ja, weil ganz ehrlich, er mit seiner Gradlinigkeit und so weiter und er sitzt ja wirklich immer so, als hätte er eine Eieranschwellung oder irgendwie sowas, als hätte ihn eine Hornisse in den Hoden gebissen und dass sie das jetzt einfach einfach so wiedergibt, finde ich geil. Und Cecilia, hast du vielleicht auch eine Meinung dazu, dass die da jetzt sitzen, also Ricarda und Maurice wie Angelina Jolie und Brad Pitt und so tun, als wüssten sie gar nicht, wer diese Personen sind, die da im Haus waren, also sie selbst. Aber im Endeffekt, das war halt so. Also ich kann ja jetzt nicht lügen, nee, immer die Alkohol, die Schuld zu geben, ich kann es nicht hören, hatte viel Alkohol, ja, ich hatte auch viel Alkohol, aber trotzdem bin ich das. Ja, und das, Dankeschön dafür. Also egal, Ausnahmesituation, hin oder her, unter Druck, ein Tag im Haus kommt vor wie sieben Jahre im wahren Leben, hatten wir ja alle schon gehört, Schnitt, dies, das, Alkohol, Koks, whatever. Im Endeffekt seid ihr das und ihr übernehmt oder habt die Verantwortung für das zu übernehmen, was ihr da drin dargestellt habt. Versteht ihr? Ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, dass so 22 Folgen, oh, ich weiß gar nicht, wer das da drin war, das bin ich gar nicht, das kann man nicht machen. Naja, und nun fragt man Maurice halt, so was hält Sule davon? Und er hat jetzt aus dem Ganzen eigentlich nur rausgenommen, hätte die Riccarda behauptet, nee, die Cecilia, sorry, hätte die Cecilia behauptet, sie waren gar nicht in mich verliebt. Aber dass sie jetzt sagt, sie stört es nicht, weiß ich nicht, weil eine halbe Stunde, nachdem wir unsere Handys bekommen haben, kam eine Nachricht mit einer auf, oh, Maurice, ich freue mich schon auf die WeUnion, dann wirst du sehen, was passiert. Okay, das hört sich natürlich ein bisschen rasssüchtig an, aber, ja, was die Cecilia dazu sagt, ist jetzt weder super erklärend noch whatever, vielleicht war sie auch ein bisschen pisst, vielleicht hatte sie dann schon mitbekommen, dass er sich direkt wieder die Riccarda geschnappt hat und war ein bisschen in ihrem Ego, ist ja auch kein Problem, aber sie hat sich halt wirklich was für die Reunion überlegt und das ist heute so ziemlich eins meiner größten Highlights. Aber bevor wir jetzt zur Cecilia kommen, lieber Mo, kannst du vielleicht einmal erklären, wie es jetzt dazu kam, also ich meine, Gradlinigkeit und dann war die Riccarda unten durch, weil sie so eine Ho ist und so, wie kam es denn jetzt oder wie kommt es dazu, dass ihr jetzt hier zusammensitzt und ein Paar seid? Ja, ist ganz einfach, also die Anziehung war von Anfang immer da, also die Frau, ich habe sie gesehen in der Villa und dachte mir so, boah, die Frau ist total mein Typ. Dann gab es natürlich diese Diskrepanz mit Martin und dann dachte ich so, ey, da gibt es kein Zurück mehr. Klar, mit Cecilia ist das Hof gelaufen, da waren jetzt keine Gefühle im Spiel, aber im Endeffekt bedeutet also, dass ich sie kennengelernt habe, über mich hinausgewachsen bin. Er ist jetzt ein ganz neuer Mensch, ne? Und auch wie er redet, ist so, als wenn er ein anderer Mensch wäre. Diskrepanz, Entschuldigung, das ist ja noch nicht mal in meinem Sprachwaggon, Jargon. Und von daher bin ich stolz drauf, so wie das alles so laufen ist. Schön rausgeredet. Cecilia, deine Meinung würde mich mal interessieren. Aber warum werde ich jetzt unterbrochen? So verstehe ich nicht. Ich war gerade im Satz so. Weil du dich nur rausgeredet hast und gerade gesagt hast. Ja, aber ist sie weit. Ja, also ihr werdet halt unterbrochen, weil ihr überhaupt nicht zu dem steht, was ihr da drinnen gemacht habt. Also ich finde, ja, ich wiederhole mich auch nur, aber Abstand zu nehmen zu allem, was man da drinnen war, in allen Wesenszügen, ist einfach nicht real. Entschuldigung. Cecilia packt jetzt ein bisschen so darüber aus, was hinter den Kulissen passiert ist, nachdem die Show abgedreht war. Und ihr wisst ja, dass ich auch die Cecilia im Interview hatte. Ihr könnt es euch hier gerne angucken. und da hat sie mir halt schon so ein bisschen von den Kontakt, nicht nur versuchen, sondern wirklich den Kontakt Geschehnissen Ricardas erzählt. Und jetzt packt sie einmal in der Öffentlichkeit darüber aus. Als sie mich angerufen hat und mir dann noch unbedingt sagen wollte, ja, nachdem es schon so lange vorbei war, dass ich ja nur übergangsweise war und er hat sich nie für dich interessiert. Ich so, ich dachte mir, warum erzählst du mir das gerade mitten in der Nacht, wo ich gerade auf der Arbeit bin? Naja, also sie wollte dir halt wirklich nochmal so von Freundin zu Freundin sagen, wie scheiße du bist und dass sie einfach die bessere Wahl war und ja, sie dachte, du bist dann gerade auf der Arbeit, du musst dir den Scheiß reinziehen, du kannst dich nicht ablenken. Sie wollte einmal, dass es richtig wehtut. Also die Ricarda hat allen Ernstes Cecilia angerufen oder ihr geschrieben und gesagt, ja, Entschuldigung, du warst nur eine Ablenkung, ich bin die Wahre. Also da denke ich mir auch so, warum macht man das bitte? Ich habe ihr zugehört, weil sie mir leid tat und sie tat mir auch immer noch leid. Ich habe ihr die ganze Zeit hatte ich mitleid, muss hier viel durchmachen in ihrer Beziehung. Es tut mir auch leid oder sonstiges, aber ich bin kein Psychologe. Boah, wow. Okay, also sie rät, der Ricarda, sie sollte sich lieber eine Psychologin suchen. Also ich meine, aber jetzt mal ganz im Ernst, also Ricarda, sie wird ja auch gleich zu Wort kommen. Wenn du Probleme mit deinem Typen hast, also wenn ich du wäre, ich wäre jetzt du und ich hatte Probleme mit Mo und er wäre wirklich mein Mann, der Mann an meiner Seite und dann würde ich doch, die letzte Person, die ich kontaktieren würde, wäre doch eine Cecilia. Ricarda, warum hast du dir, äh, warum mich? ausgerechnet Cecilia ausgesucht, um dich in Anführungsstrichen auszuhalten? Ja, wir kannten uns ja vorher schon von einem anderen Format und wir hatten ja eigentlich im Endeffekt, du weißt auch ganz genau, dass du über mich bei anderen schlecht geredet hast, Im Endeffekt. Ne, also Ricarda ist wirklich so, ähm, was, ich habe schlecht geredet? Nein, wir kannten uns aus einem anderen Format und waren danach beste Freundinnen, ja, und im Endeffekt, nein, Cecilia interveniert hier ja und sagt, Schatz, ob wir uns jetzt aus einem anderen Format kannten oder nicht, du hast danach über mich gelästert, das bedeutet, ich kann nicht deine Freundin sein. Immer noch die Frage, warum laberst du mir diese Frikadelle ans Ohr über euren Beziehungsscheiß? Wie glücklich seid ihr denn? Also ich bin sehr glücklich, auch wenn wir auch unsere Streitigkeiten haben, aber ich glaube, das ist in jeder Beziehung, also ich glaube, es gibt keine Beziehung, wo es keine Streitigkeiten gibt und das ist, glaube ich, bei uns nochmal ein Härtefall. Ja, also es ist denitiv ein Härtefall, das kann ich schon so aus der Ferne riechen, aber das Ding ist, wenn sie das so sagt, ist das so, ja, also ich kenne gerade eine Beziehung, wo es so Streitigkeiten gibt, so Kleinigkeiten vielleicht, ne? Im Endeffekt glaube ich schon, dass es Beziehungen gibt, wo es keine bis wenige Streitigkeiten gibt, aber die Zenzilia wird auch hier nochmal droppen, um was für Streitigkeiten es geht und dann passt auch das Wort Streitigkeiten nicht mehr, weil das sind so kranke Sachen. Das sehe ich, du lachst. Ja, weil ich bin halt, ich stehe halt immer für Ehrlichkeit, also ich kenne deren Beziehung besser, glaube ich, als irgendjemand anders, weil ich ja eben alle Informationen haben habe. Also wenn man seiner Frau nicht erlaubt, ins Gym zu gehen, weil da nur Schlampen rumlaufen, das ist für mich keine Beziehung. Ne, und das sind auch keine kleinen Streitigkeiten, das ist nämlich super krank, also so Endstufe von krank, also falls da draußen jemand sitzt und der Freund an eurer Seite oder ihr seid ein Freund und eure Freundin sagt, geh bitte nicht ins Gym, weil das ist nur für Schlampen, dann ist Alarmstufe rot, dann ist wirklich Gehen angesagt und was ich erfahren habe ist, es gibt eine Trennungsbegleitung. Das bedeutet, wenn ihr nicht stark genug seid, euch von eurem Partner zu lösen, weil ihr Verlust, Angst habt, Selbstwertprobleme oder whatever, geht zur Trennungsbegleitung. Holt euch selber da raus, weil ins Gym sollte schon mal jeder gehen dürfen. Alleine feiern, alleine in Urlaub übrigens auch. Es gibt kein Beziehungskonstrukt, wo es gerechtfertigt wäre, dass euer Partner zu euch sagt, ihr fahrt nicht alleine in Urlaub. Gibt es nicht. Das tut vielleicht weh, weil ihr euch unsicher fühlt, aber dann ist die Baustelle bei euch und dann ist die Lösung nicht, dass ihr euren Partner irgendwie verbietet, irgendwo hinzugehen. Das ist nämlich unfair. Hast du für Ricarda was mitgebracht? Ja, ich habe es für euch beide. Ich habe euch ein Geschenk gekauft für eure Beziehung. Ich glaube, das passt ganz gut bei euch. Ich finde es alles Gute. Okay, wow, ich kann nicht mehr. Sie hat denen einfach was mitgebracht. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen, was es ist. Aber guckt euch einfach bitte an was. Und ich finde es so geil, wie sie das einfach so nebenbei so rausholt. Und sie so, ich habe euch wirklich was mitgebracht hier. Und dann wirft sie denen da so über die Füße. Und wir gucken uns jetzt einmal kurz an, was es ist. Da war ich ja auch in Mallorca und dann habe ich so was Gutes gesehen. Ich muss an beide denken, weil ich genau das wirklich von beiden halte. Es ist einfach ein Pinocchio. Es ist einfach ein Pinocchio, lange Nase, Lügner und so weiter. Uns zeigt das jetzt einfach, guck mal, du warst ja richtig gut anscheinend vorbereitet. Und dann denke ich mir, und dann denke ich mir, seit gestern nochmal. Aber ist ein geiler Kurs. Es ist die fucking Reunion, Alter. Was habt ihr denn erwartet, dass wir hier über... Ich habe doch zu dir geschrieben. Aber dann passt das Argument aber nicht mit ihr. Dass sie gesagt hat, ihr ist das Thema mit mir scheißegal, weil dann wird ihr das Ding nicht mitgebracht. Du hast doch selber gesagt, ich habe dir geschrieben. Freu dich auf die Reunion. Okay, also erstmal geil, auch das Tomala-Tomate einmal eingreift, weil ist jetzt Riccardo da völlig planlos reingegangen und hat gar keine Ahnung gehabt, worum es da heute gehen könnte. Natürlich hat man sich zurechtgelegt im Kopf, worüber man sprechen möchte, was man in der Ausstrahlung so alles wahrgenommen hat, was man jemanden von Latz knallen möchte, so als letzte Abrechnung, whatever, letzte Kommunikation, weil man sich danach vielleicht nie wieder sieht. Natürlich hat sie gedacht, okay, das werde ich heute droppen. Und Gott sei Dank nimmt sie da auch einmal Tomala-Tomate zur Brust und sagt, Girl, auf jeden Fall. Aber dass der Maurice jetzt denkt, deswegen würde die Cecilia auf die stehen, nein, das sehe ich jetzt nicht so. Sie versteht einfach nicht, wie eine Person so frech sein kann, also eine Riccardo, und sie privat kontaktiert, um ihr den ganzen Müll aus ihrer Beziehung zu erzählen. Nun geht es um Kevin. Also ich muss sagen, ich habe den gefressen und mit diesen letzten Aussagen hier in dieser Show, ich weiß, dass er immer weiter labert und immer weiter irgendwelche Sachen kommentiert und so, wobei ich echt finde, dass er absolut nicht in der Situation ist, in der Position hier über irgendjemanden was zu sagen. Aber gut, ist auch egal. Er gibt sich hier nochmal von seiner beschissensten Seite. Und das freut mich auch irgendwie, weil man einfach sieht, was bei dem Typen abgeht und wie er wirklich ist. Was soll ich hier machen? Ich bin hier wirklich reingegangen, um meine Liebe zu finden und ich wollte die wirklich auch finden und es hat leider nicht geklappt. Bullshit. Wie doll hast du es denn probiert? Also er hat es wirklich richtig probiert, die große Liebe zu finden, aber es hat leider nicht geklappt. Ja, nee, weil du es nicht richtig probiert hast. Warst du wirklich auf der Suche oder hast du gedacht, du landest wieder bei Temptation Island? Nee, 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 nee. Ich war auf jeden Fall auf der Suche. Ich habe ja geguckt so. Ich habe mich ja auch auf die Mädels so eingelassen und so. Und es hat einfach nicht geklappt. Ach, laber doch keine Scheiße. Also wenn ich etwas so versuchen würde wie du, dann wäre vorprogrammiert, dass es nicht klappen wird. Du warst doch an keiner einzigen wirklich interessiert. Und wenn er wenigstens authentisch wäre und sagen würde, nee, ich war gar nicht auf der Suche, dann wäre es nochmal was anderes. Wenn er einfach über sich selber lachen könnte und authentisch wäre. Aber wenn ein Mensch sich irgendwo hinsetzt und mir irgendwas vorlabern will, wovon er selber weiß, dass es nicht stimmt, dann komme ich mir verarscht vor und deswegen werde ich sauer als Zuschauer. Franzi, kannst du uns bitte einmal sagen, wie lustig du das Ganze findest und wie toll du den wirklich findest? Ich habe euch gesagt während der ganzen Folgen, ich habe gesagt, die reden jetzt erstmal alle nett über ihn, die Frauen, aber wartet mal das Ende der Show ab und dann können wir sehen, wie gut und ehrlich die sich behandelt gefühlt haben. Tut mir leid, aber er hat mir nie wirklich so vermittelt, oder er hat es mir eigentlich immer so vermittelt, dass er es schon irgendwo ernst meint mit mir und dann halt von einem Tag auf den anderen dann nicht. Dann sollte man nicht so welche Sätze sagen, finde ich. Wo habe ich die gesagt? Dass du das ernst meinst. Ich meine das ernst mit dir so. Dass du mich gerne draußen kennenlernen würdest. So, das meinte ich eher. Dass er auch nochmal nachfragt, was genau meinst du denn? Er weiß doch ganz genau, was sie meint. Das sind immer so diese Einschüchterungs-Weglauf-Taktiken. So, ey, was meinst du genau? Ja, genau das. Wir denken gerade an das Gleiche. Aber wolltest du dann doch nicht? Nö. Ja, guck mal, wie ekelhaft. So, dann hat nämlich Tomatatomate gefragt, ja, wolltest du die dann doch nicht kennenlernen? Weil du hast ihr doch einen Tag vorher gesagt, du willst die draußen auch wirklich kennenlernen. Und er so, nö. Und dann lacht er noch drüber. So richtig abwertend, ekelhaft. Und hat mir nicht irgendeiner erzählt, dass er sich so gesorgt hat um die Gefühle von Franzi? Kann ich sehen. So, Gina, kannst du mal bitte was über das Phänomen Calvin sagen? Im Endeffekt sieht man ja, Gina war nicht die Richtige, Carina war nicht die Richtige, Xelina war nicht die Richtige, Franzi war nicht die Richtige. Also muss es ja an ihm liegen und nicht an den Frauen, dass er sich nicht binden kann. Nee, nee, nee. Der ist ja wirklich auf der Suche nach der Waren. Der ist auf gar keinen Fall famegeil oder so und möchte seine Fresse überall platziert haben. Auf gar keinen Fall. Der möchte wirklich die wahre Liebe kennenlernen. Und er hat jeder Einzelnen eine aufrichtige Chance gegeben. Ist doch klar. Ja, was soll er dazu sagen? Ja, das ist halt blöd gelaufen. Hat man nochmal richtig sein Image zerstört. Also ich weiß nicht, wer da draußen vor der Linse sitzt, also vor dem Fernseher sitzt und sich denkt, yo, Kevin ist ein cooler Typ. Also ich meine, dann könnt ihr auch direkt, hier, wie heißen die ganzen Kandidaten? Wer ist denn so am schlimmsten? Ich weiß es einfach nicht. Ich kenne es im Viertelskanal. Mike Seas könnte dann auch feiern. Warum hast du denn dann die Gina auch so behandelt, wie du sie behandelt hast? Irgendwie fandst du sie toll und dann am Ende fandst du sie richtig scheiße. Warum? Ja, weiß ich nicht. Weil ich dann irgendwie, das wurde mir dann zu viel. Ich habe das ja auch immer erzählt in den Interviews, warum so. Das war mir alles zu viel. Ich habe die Gina... Hä? Wieso mir nicht? Ja. Hä? Gegenfrage. Einmal kurz ein bisschen Zeit schinden. Stimmt. Ich habe es dir ja gar nicht gesagt. Ich habe es nur in die Kamera gesagt. Im Interviewraum. Die gegenüber war ich ja echt angetan. Ich gehe immer davon aus, die Menschen, die anderen, die sind auch ein bisschen so, die wissen von alleine, dass nach einem Tag, dass man nicht direkt heiratet, weißt du? Aber du hast es bei vielen Mädels gleich gemacht und bei allen hast du das Herz gebrochen. Herz gebrochen? Hast du. Ach komm. Im Endeffekt hast du. Ach komm. Mit meiner Unehrlichkeit brecht doch keine Herzen. Ich brauche den Fame. Ich will mein Image hier aufrechterhalten, dass ich hier voll der Bumser bin und so weiter. Was für Herzen. Die haben doch alle keine Herzen, die Silikonbratzen. Was? Sucht man immer irgendeine Scheiße bei mir so? Ja, was glaubst du wohl? Meinst du, das ist durch Zufall so entstanden, dass die Leute sich über dich aufregen? Ich glaube nicht. Reflexion wäre mal gut. So, das wäre echt angebracht bei dir. Dass du nicht immer versuchst, alles zu glätten und von allen irgendwie gemocht zu werden und dich dann trotzdem richtig scheiße zu verhalten, sondern dich mal selber zu reflektieren und dich zu fragen, warum sind die Menschen denn alle, warum reagieren die alle so oft nicht? Warum roastet mich Saniel seit Folge 1 so blöd? Bei mir ist es gerade eh kritisch, dann wegen Zeit wahrscheinlich auch. Tatsächlich, ja. Wegen Zeit. Ach so, und das wusste er vor I was a one nicht. Also den Zeitmangel hat er auch erst seit I was a one, ja. Und wenn er aber in der nächsten Show, in der Datingshow dabei sein wird, dann wird er wieder vergessen, dass er eigentlich keine Zeit hat und deswegen keine Freundin hat, aber ja jeder aufrichtig eine Chance gibt und dann wird er uns wieder verklickern wollen, er sucht die Richtige, ne. Also so, das meine ich. Jetzt sagt er ja, liegt bei mir auch an Zeit, ne. Weil er ist jetzt auch erst so viel beschäftigt, seitdem er bei I was a one war, ne. Du, mach dir ja nichts. Warum? Weil du hast deinen Bruder. Und es wird ja auch, man sagt ja immer so schön, man teilt brüderlich aus. Ja, ich hab seinen Bruder auf jeden Fall kennengelernt. Ja. Und sie ist ein bisschen peinlich berührt, so, weil brauchst du dich nicht peinlich fühlen. Du wolltest den kennenlernen, du brauchst keinen Heiligen Schein, ich hab es dir seit der Folge 1 gesagt. Und selbst wenn du mit dem Bruder gefickt haben solltest oder gebummst haben solltest, tut mir leid, dann ist das absolut okay. Und? Wird nichts draus. Ja, und warum? Weil die wahrscheinlich vom gleichen Schlag sind, ne? Ich glaub, er muss sich genauso wie Calvin auch noch ein bisschen die Hörner abstoßen, bevor er in eine Beziehung geht. Hörner abstoßen, erwachsen werden, ausziehen von zu Hause, Mama Hotel vielleicht auch nicht mehr benutzen, das würde helfen für den Reifungsprozess. Ja, tut mir leid, dass die jetzt doppelt quasi auf die Fresse geflogen ist mit den, wie heißen die, kleinen, keinen, die haben keinen, ich weiß es nicht, kleinen, ähm, ja, aber das, also wenn ich die Erfahrung gemacht hätte mit dem Calvin, ne, dann wäre auch das Letzte, was ich getan hätte, um ehrlich zu sein, zum Bruder zu gehen. Fabio darf jetzt auch nochmal was sagen, also Fabio ist echt kurz gekommen in dieser Wiedersehen-Show, ähm, aber er lässt uns nochmal spüren, wie sauer er ist darüber, dass keine Frau etwas von ihm wollte. Ich mag Selina immer noch, wir haben nach der Show keinen Kontakt gehabt, angeblich wollte sie einfach nur nur Fuckboys haben, das ist halt die Sache, weil das ist halt, was dann passiert ist. Also ich würde auch kotzen, vor allem war Fabio doch der, der an der Seite von Malisa selber einen Fuckboy darstellen wollte, ne, so, und jetzt ist auch einmal voll der ehrliche Typ, der einfach nur die wahre Liebe sucht, also ich liebe es einfach, wie inkonsequent, nicht inkontinent, aber inkonsequent diese Menschen sind, die sind alle so gradlinig, ne, die wissen einfach paar Wochen später überhaupt nicht mehr, was sie vorher gesagt haben und deswegen liebe ich TrashTV und deswegen hoffe ich, ihr hattet Spaß bei diesem Video, ich sage tschüss, Arrivederci, I love you, es kann Scusi, whatever, bye.